Wir sind Mitentscheider um die Konflikt-Sieg und um den Abstiegskampf. Und an den Neunzen zum letzten Vorbericht für diese Saison. Letzter Spieltag, Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Ja, an diesem letzten Spieltag geht es so ein bisschen um das Sahnehäubchen bei uns und bei Bielefeld um alles. Aber wir sind gemeinsam aufgestiegen. Bielefeld damals als Erster 10 Punkte vor uns. Wir hatten 58 auf Platz 2 damals. Ja, wie gesagt, Konferenz. Es geht um alles am Samstag. Alle Spiele gleichzeitig. Das hat diesen parallelen Charme einfach. Wird ein sehr, sehr geiles Stream, glaube ich. Und ein sehr geiler Spieltag wieder. Wir haben, wie gesagt, noch Möglichkeiten auf Platz 7, wenn der Rest eben für uns spielt quasi. Und wir natürlich auch unseren Job erledigen. Bielefeld steht auf der besten Position im Abstiegskampf. Muss aber auch liefern. Da unten ist noch alles möglich bei den drei Klubs. Direkter Abstieg, Relegation, direkter Klassenerhalt. Alles noch drin da unten. Problematik bei Bielefeld ist vor allem im Angriff. Immerhin haben sie jetzt nicht die riesengroßen Ausfälle. Da gerne nochmal das Video abchecken mit dem Arminian-Tuber, das gestern online ging bei mir und bei ihm. Da haben wir noch ein bisschen mehr Infos zum Spiel als jetzt hier noch. Natürlich auch von jemandem, der Bielefeld-Fan ist. Ja, letzte fünf Bundesliga-Spiele. Wir brauchen jetzt keine Ausschau mehr machen auf die nächsten Spiele. Wir gehen mal zurück auf die letzten fünf. Ein Unentschieden gegen Augsburg, ein Sieg gegen Schalke, Gladbach-Niederlage, Hertha-Unschieden und Hoffenheim-Unschieden. Das betrifft Bielefeld. Und bei uns Union-Niederlage, Wolfsburg-Niederlage, Leipzig-Niederlage. Und jetzt zuletzt zwei Siege. Augsburg und jetzt der letzte Auswärtserfolg in Gladbach. Das letzte direkte Duell war das 0-3 bei Bielefeld auf der Alm. Haben wir schön draufbekommen. Wichtiger Sieg für sie am Ende des Tages vielleicht, wenn es der dann helfen sollte für einen Klassenerhalt möglicherweise. Sonst, wir schauen ja nur auf die Heimspiele, weil es ein Heimspiel ist, das ansteht. Haben wir eine sehr gute Statistik, was die Heimspiele gegen Bielefeld angeht. Letztliche Händellage war im Jahr 1982. Klar, wir waren jetzt nicht so häufig in derselben Liga seither. Aber seither sind es dann fünf Unentschieden und neun Siege für uns, wenn ich den Kommentar richtig gezählt habe. Also gute Statistik für uns in Heimspielen gegen Bielefeld. Natürlich das Thema Nummer eins an diesem Spieltag ist die Tabellensituation. Wir stehen auf Platz 9, 45 Punkte, Bielefeld auf Platz 15 mit 32 Punkten. Bei uns gibt es den Kampf um Platz 7 noch. Freiburg hinter uns mit 45, vor uns Gladbach mit 46 und dann noch Union auf Platz 7, aktuell mit 47 Punkten. Bei Bielefeld geht es, wie gesagt, um Abstiegskampf. Dort steht Köln mit 30 Punkten da, Bremen mit 31. Und dann, wie gesagt, Bielefeld mit 32 auf Platz 15. Wir schauen dabei auf Frankfurt gegen Freiburg natürlich für die Freiburger. Wir schauen auf Union gegen Leipzig, da natürlich auf Union. Und wir schauen, wie es auch Bielefeld tut, schauen wir auf Bremen gegen Gladbach. Da auch die beiden Welten aufeinander mit Abstiegskampf und Platz 7. Bielefeld schaut, wie gesagt, auch auf Bremen gegen Gladbach, logisch. Und die schauen auch auf Köln gegen Schalke. Und die Konkurrenten von Bielefeld schauen natürlich auch auf unser Spiel, VfB gegen Bielefeld. Wenn wir Platz 7 wollen, müssen wir zu Hause gewinnen. Und der Rest muss, ja, dementsprechend patzen und eben nicht unbedingt dreifach punkten. Bielefeld ist durch, wenn sie bei uns gewinnen, eben durch die Ausgangslage. Sonst sind sie eben auf die anderen angewiesen, auf andere Ergebnisse angewiesen. Da ist, wie gesagt, wirklich noch alles drin. Platz 17, 16 und 15. Bielefeld kann auch auf alles rutschen. So wie die anderen beiden Clubs da unten auch. Das ist, wie gesagt, kann auch komplett variieren. Es gibt tatsächlich auch, was natürlich ein Traum wäre, die Konstellation, dass wir Siebter werden. Und Bielefeld trotzdem auch gleichzeitig direkt drin bleibt. Die Konstellation gibt es auch. Wir sind dazu noch Zwölfter in der Heimtabelle. Bielefeld 17. in der Auswärtstabelle. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Und da ich das hier ja schon Donnerstag Nachmittag aufnehme, also quasi kurz vorm Upload aufnehme, durf gesagt, ist auch die PK auch diesmal mit drin. Abwehr bleibt so. Mafo Pants ist tatsächlich auch eine Option. Tipp aber da doch eher noch drauf, weil es schon ein bisschen überraschend wäre, wenn er es packt. Aber PK sagt, es ist eine Option. Trotzdem denke ich, auch nach dem Lob, das sie bekommen hat, dem Sommerlob nach dem Spiel, dass er durch Stenzel ersetzt wird. Kaminski auch möglich. Ist ja auch Abschiedsspiel. Ist jetzt offiziell, dass er im Sommer uns verlassen wird. Glaubt es aber irgendwie eher nicht. Und sonst natürlich das alteingesessene Anton, Kempf und Kobel. Endo, fünfte Gelbe. Das heißt, er fällt weg. Armada kommt zurück nach Rotsperre. Den würde ich da gerne sehen. Stelle ich auf. Und neben ihm dann Castro. Auch einfach, ne? Ich könnte mir da irgendwie einen Karazzo nicht neben Armada vorstellen. Braucht schon einen Erfahrenen. Plus sein Abschiedsspiel. Plus PK auch wieder hier reingehauen. Er hat die Garantie. Er spielt von Beginn an. Führt uns als Kapitän in seinem letzten Spiel nochmal auf den Platz. Das finde ich ganz schön. Sosa und Massimo bleiben für mich über die Flügel. Vorne tippe ich mal auf die Davi. Auch nach der Verlängerung vielleicht ein Zeichen. Förster und Galatis bleiben auch in der Startelf. Eine mögliche Gonzales-Rückkehr wird leider nichts. Da sind sie noch vorsichtig. Ist ja auch in Ordnung. Aber der wird es nicht mal in den Kader schaffen, leider. Und eben deswegen, weil ich die Davi reinsetze. Ja, Klimovic wieder nicht dabei. Verletzungsbedingt. Und Tommi jetzt auch nicht wirklich überzeugt in Gladbach, bin ich ehrlich. Deswegen sehe ich den auch nicht in der Startelf. Ich habe da die Davi reingesetzt. Mal gucken, was da so von der Bank kommt. Ob wir noch ein paar Jungen mitnehmen. Ob er vielleicht dann ein Al-Gai-Dui wieder von der Bank kommt. Fände ich sehr schön. Oder wenn ein Mack von der Bank kommt, werden wir alles sehen. Aber das ist mal der Startelf-Tipp für den letzten Spieltag. Dann kommen wir zur Prognose. Natürlich wieder Sieg und die Niederlage auch zum letzten Mal in der Saison. Rein damit ins Community-Tab. Abstimmen und natürlich genauere Prognose, Kommentare. Alles rein damit. Ja, wird ein extrem, extrem spannender letzter Spieltag. Wir sind Mitentscheider um die Konfensieg und um den Abstiegskampf. Ganz simpel, einfach rangehen. Ziel wie immer. Zielsetzung ist immer, das Spiel zu gewinnen. So gehst du da auch ran. So kamst du rüber in der Pressekonferenz. So gehst du da ran. Nicht in Angst vorfallen, wenn man jetzt tatsächlich Platz 7 erreicht und tatsächlich irgendwie Dreifachbelastung hat. Da jetzt nicht in Angst vorfallen, aber auch gleichzeitig nicht enttäuscht sein. Wenn man nicht auf Platz 7 kommt, war eine Wahnsinnssaison. Da geht ein dickes Danke nochmal raus in diesem Verein. Also top, top, top Saison nach Aufstieg. Und natürlich jetzt noch hier neben mir Prognose vom gesamten Spieltag. Sicherlich auch ein bisschen so getippt, wie ich es mir wünschen würde, weil wir glaube ich mit den Tipps auf Platz 7 kommen würden. Aber gut, ich glaube meine Tipps haben bisher noch nicht so viel abgeräumt. Deswegen hier mein gesamter Spieltag. Und dann war es das mit dem letzten Vorbericht für diese Saison. Wir freuen uns alle auf den Stream. Auf den Spieltag am Samstag, seit wir am Start. Sonst, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.